Und Leute was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Leute heute um 15 Uhr kommen wieder die legendären Aufgaben und ich werde euch heute zwei von diesen präsentieren. In diesem Video die erste und zwar muss man Bio-Scanner in Alienzone platzieren Leute. Und zwar ist mit Alienzone Holy Hatches gemeint Leute und hier haben wir schon den ersten Leute. Hier kann man den ersten Bio-Scanner platzieren, den müsst ihr ein platzieren. Deswegen zeige ich euch ganz schnell alle vier Positionen. In jedem Kästchen gibt es einen Scanner. Hier ist der erste in dem Haus Leute, der zweite ist hier draußen, der dritte ist hier draußen im Garten und der vierte ist da hinten auch im Garten Leute. Hier sind die Positionen. Ich hoffe ich konnte euch damit helfen. Lasst ein Like, dann lasst ein Abo oder aktiviert die Glocke Leute, kommentiert schön ob ihr diese Aufgabenvideos feiert. Und an der Stelle würde ich sagen holt euch um 15 Uhr die XP, let's go Abfahrt.